So, es ist Alice durch ihr Laufhin, wunderbar, wunderschön, willkommen zurück. Eventuell werde ich einfach jetzt den zweiten Part draus machen und deswegen sage ich, keine Ahnung, nein, machen wir nicht, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, wir haben jetzt unsere neuen Freunde, einmal den Hirnpixer, einmal den Hackeklein und den Matschemampfer und natürlich unsere Mini-Picke, die aber schon älter ist. Jetzt habe ich da, wie man unten rechts schon sieht, oder wenn man es nicht kennt, das ist Lapis Lazuli, das wollen wir jetzt auf das Schwertchen drauf machen, komischerweise ja. Ähm, wir brauchen 450, das mache ich jetzt aus diesem Grund, da ich ja das Loot haben möchte von den Viechern, ähm, ist jetzt halt so, wir machen das mal anders, äh, so. Hier gibt es einen Mischenpixer, reicht das überhaupt? Äh, nee, nicht ganz, da brauche ich noch ein paar, ich komme an den Rest, Moment. Ähm, und zwar will ich ja, wie gesagt, ganz viel Enderperlen haben. So, wenn wir dann endlich mal einen Enderman finden, will ich natürlich auch die höchstmögliche Chance haben, wirklich einen zu kriegen. Jetzt dauert es noch länger, weil ich, äh, keine Blöcke draus gemacht habe. Wow, ich komm, ich geh mal schnell hin. Ähm, und deswegen mache ich da jetzt halt das Zeug rauf, das Lapis, was uns, äh, Fortune gibt. Also Glück. So, das sollte aber jetzt auf jeden Fall reichen. So. Hoffe ich mal. Ähm. Und so ein Ball of Moss, den müssen wir halt noch suchen. Und natürlich wollen wir damit eigentlich auch mehr Schaden machen, ne? Jetzt muss ich einen wieder kaputt machen. So, beziehungsweise kann ich alle machen, weil die kommen wieder da in den, in den Dings rein. Einmal so und den Rest dann noch einmal so und dann haben wir 450, was uns, äh, Looting 3 gibt. Jetzt könntet ihr uns noch glücklicher machen, äh, uns noch glücklicher machen. Was wir auch machen werden, wir haben, wie viele Modifiziere haben wir noch? Drei. Drei. Also einen brauchen wir auf jeden Fall für halt dieses Ding. Wir könnten aber noch einen Modifizierer rauf machen, indem wir ein, das nehmen und ein Block aus Gold. Neun Stück. So. Dann machen wir uns daraus noch einen Modifizierer. Wir könnten das jetzt noch extremer machen, indem wir noch einmal neun, acht Goldblöcke nehmen und das um einen Apfel machen. Und dann noch einen, äh, Diamantblock. Dann hätten wir noch einen Modifizierer, aber das sollte erstmal reichen. Ich suche eigentlich gerade den Quarz. Den, äh, nicht den Nether Quarz, sondern den Zertus Quarz. Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Wir nehmen einfach mal alle mit. Und dann schauen wir mal. Jetzt haben wir einen Attack von, die, 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 zwei Herzen. Jetzt haben wir zweieinhalb Jetzt haben wir noch zwei Modifizierer Jetzt haben wir nur noch einen Modifizierer Jetzt haben wir wieder zwei Modifizierer Und wieder nur einen Tag von drei Herzen Das ist auch nicht so viel Ich habe es vorher mit einem anderen Schwert gemacht Das war ein bisschen besser, sage ich mal so Aber gut, man lernt nie aus Man lernt nie aus Ist besser als nichts Wir haben auf jeden Fall einen, unseren Hirnpixer So, dann gehen wir mal raus Habe ich alles, nee, ich will noch was zurückpacken Das heißt, wir müssen mal so in den Biomen gehen Wo halt sowas wächst Zum Beispiel Dschungel Da gibt es das Zeug Das Zeug, ja, was mache ich damit jetzt? Das kommt einfach mal in Da ist noch nicht mehr wirklich viel Platz Okay, das kann jetzt erstmal da rein Obwohl das hätte ich eigentlich da hinten hinpacken können Aber ist egal Das kommt wieder hier rein Gunpowder hatte ich, glaube ich, da drüben Das hatte ich hier Dirt und Kabelsohn kann ja wieder Ups, hier rein Dirt Strings Hatte ich hier Wieder habe ich hier zwei Strings Na egal Wo ist es? Da ist mein Gunpowder Puh Keine Ahnung, was das ist Kommt da hin Nee, kommt nicht da hin Kommt da rein Haben wir noch was? Ja, die Saplings Die Säge kommt einfach mal hier rein Die Pfeile hier rein Paper Rod Tool Rod Habe ich jetzt übrigens nicht benutzt Ich habe jetzt trotzdem Weil jetzt ja aus Weil so ein Tool Rod 0,5 0,5 Barren benutzen Deswegen habe ich dann einfach zwei gehabt Und ja Deswegen habe ich dann jetzt einfach hier Die Handle Das Tool Rod Ding da einfach mit Ja, ihr wisst schon So, dann können wir eigentlich mal los Holz holen Zeug weg machen Die hätte ich eigentlich auch noch schneller machen können Hier, aber ist egal Mit Redstone Auf jeden Fall ist unser Lapis ausgegangen Wie viel Durability hat der eigentlich? 909 Ähm Ja Genau Lapis Geht uns jetzt natürlich aus Nach dieser Aktion Ähm Aber Lapis werde ich wahrscheinlich dann eher so Gezielt im Nether farmen Weil ich da ja sowieso noch rein muss Wegen Ardite Denn da brauche ich die halt für Also Ardite Also ich will schon gerne noch mehr Kobalt finden Mindestens 8 Barren halt Und dann nochmal Äh 8 Erze meine ich Beziehungsweise müssen wir nicht mal Wir müssen nur 4 Erze finden Weil Verdopplung und so Ähm Nein Moment Die Plates kosten ja auch 8 Ja das wird dann auf jeden Fall Ich brauche eine Menge Sagen wir einfach mal so Ich brauche eine Menge 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 Also wenn man die jetzt nochmal schon mit Redstone aufwertet Hier Diese Diese Ne Unsere Unsere Matschemamfer Dann ist das ordentlich Ne Also dann geht es echt Zip Dann bist du durch Dann bist du fertig Excavator wäre jetzt natürlich auch eine Option gewesen Aber nee Wir wollen das ja nicht gleich am Anfang übertreiben Ansonsten wird es ja irgendwann langweilig Ähm Ja Geht das denn überhaupt da hinten wieder runter Ich meine Ja Ich hoffe es mal Doch hier geht es wieder Ja alles klar Super Ich wollte eigentlich nur den Bergwerk machen Ne Eigentlich ist es egal Haben wir gleich eine schöne schöne Ebene zum Bauen Dann muss ich mir noch überlegen Aus was ich das denn baue Das Haus Also vor allem aus Was kommen die Säulen Und dann Äh Was mache ich in Weil Holz haben Eigentlich Eigentlich müsste ich ja das Holz nehmen Was wir schon haben Damit das halt Äh Zum Naja ich sag mal Hinten Keine Ahnung passt Und wie vor allem ich das jetzt verbinde Das ist auch eine Frage Wie verbinde ich jetzt Also unser Haus Das da jetzt ungefähr da stehen wird Also hier so Mit dem da hinten Oder lasse ich das einfach offen Sprich das ist gar nicht verbunden Das ist auch so eine Sache Die ich mir gerade überlege Wie mache ich das So Dann machen wir mal so Ich würde doch lieber einen Excavator machen Sondern fällt mir jetzt ein Oder fällt mir jetzt auf Das dauert echt doch ein bisschen länger Als ich gedacht habe Oder halt nochmal Redstone draufhauen Aber nee Für diese ist mir das Redstone ein bisschen zu schade Obwohl wie viel haben wir eigentlich Na 1000 noch was Und wir bräuchten eigentlich nur Wie viel Hast du Drei modifizieren Das heißt wir können eh nur 100 drauf machen Och süß Ach bist du knuffig So Wie gesagt Wir bleiben draußen Auch wenn es nachts wird In der Hoffnung Dass uns kein Creeper Irgendwie weghaut Bist du also nicht uns Aber halt unser Gebäude Was wir dann natürlich basteln werden So Ich halte natürlich andauernd Ausschau nach Endermans Das ist ja jetzt eigentlich auch meine Eigentliche Tat Die ich hier vollbringen möchte Endermans farmen Oder Endermans Wie auch immer Endermans 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 Nee die Dödel Will ich nicht farben Nee das ist ja eklig Das ist ja eklig Aber ich sehe keinen Das ist ja blöd Ich habe das extra gemacht Und jetzt kommt keiner Mann das ist ja gemein Das war ein zu tief oder Nee war es nicht Aber wir müssen das eh noch weg machen So dann hoffe ich Dass ich hier nämlich Einen Keller machen kann Einen richtigen Keller Wo wir dann zum Beispiel Auch ein kleines Lager haben Ich weiß es noch nicht Wie man merkt Ich bin noch sehr sehr Umschlüssig Was es mit dem Bauen Jetzt ansicher Äh Auf sich hat Ich sehe ganz viele Viecher Oh Da kommt eine Party an Hauptsache nicht wieder 50.000 Endermans Auf einmal Äh Endermans Sag ich schon Äh Creeper Jo 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 Aouchi Du hast einen schönen Hut Jetzt ist es meiner Das ist ein Inhaler Achso Na sie droppen immerhin Also ob das jetzt einfach An diesem Loot liegt Ich hoffe es mal natürlich Da war schon wieder eins Ich weiß jetzt nicht Ob das halt Dieses runterkommende Ding da Dieser Ähm Entweder von Von der Mod ist Oder vom Resource Pack Das ist eine gute Frage Also vom Texture Pack halt Das weiß ich jetzt nämlich gar nicht Ich könnte jetzt sagen Ich renne da hin Aber Wann sind wir denn da Übergestern Und ich glaube ich werde ein Stein Frame machen Also sprich Die Säulen und so aus Stein machen Ob das allerdings ein gekochter Stein wird Oder nicht Das weiß ich noch nicht Obwohl wir könnten auch Bricks machen So richtige Bricks Deswegen liebe ich die Waffe Die ist so schnell Wie gesagt Man könnte ja eigentlich noch mal Ein Modifizierer rauf machen Was natürlich noch mal Ein bisschen mehr Bums gibt dann Wenn wir dann halt Das mit Ding verbinden Mit noch mehr Schaden So Meine Freundchen Na du kommst ja eh nicht hoch Alles klar Ich sehe auch keinen Auf der Karte Leider Sonst hättet ihr mich Jetzt schon hinsprinten sehen Ähm Für alle die nicht wissen Warum überhaupt Also Ich hatte es ja eigentlich Schon mal gesagt Von wegen Tessa Act Und so Für alle die nicht wissen Was das ist Das Ding kann einfach aus Es überträgt Alles aus der Luft Also durch die Luft Eher gesagt Sei es Energie Sei es Items Sei es Flüssigkeit Deswegen will ich das Teil haben Vor allem Wenn man bedenkt Wir haben unser Also da ist es eigen primär Wegen der Lava Die wir haben Im Nether Die will ich Direkt hier irgendwo Unterm Keine Ahnung Irgendwohin halt Durch den Tessa Act jagen Und dann halt In Was weiß ich Zehn Lava Generatoren Und dann haben wir Erstmal genug Energie Also vorerst Zum Beispiel um auch Eine Quarry zu starten Die ja Ein bisschen Bums braucht Ein kleines bisschen Nicht viel Nur ein bisschen Ungefähr Was weiß ich Wie viel Tausend RF Ich hab grad Nachdassen Creeper man Creeper hat keine Chance Ich glaub das ist vom Texture Pack Ich mein Köpfe krieg ich jetzt ohne Ende Ne Ah da kommt noch welche Also bis jetzt hat glaub ich Jeder was gedroppt Kann das sein So jetzt ist die Frage Wollen wir das hier so lassen Oder Wo hat denn der die Schaufel her Oder Ja oder Genau Jetzt komm ich nicht weiter Mit dem oder Sagen wir mal Benutzen wir das als zweiten Mineneingang Und gehen dann mal In diese Richtung Weil unsere Mine Die ist ja in diese Richtung Und nicht in diese Ähm Das wird zum Beispiel In diese Richtung Dann runter buddeln Und da dann halt Obwohl da war glaub ich Auch ne Schlucht Von daher bleibt es Eigentlich relativ egal Uh Oh Voll in den Fall reingesprungen Hä Unfair Unfair Ha Auf der Teich Vielleicht ist das so weit gesprungen Ich hasse dich Und dein scheiß Pfeil Ach komm ich hau ab Lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe Also das ist nämlich Die Rechtsklickfunktion Mit dem Spring Da ist ein Enderman Irgendwo da Ich hoffe nicht im Berg Ich hoffe der steht Einfach auf dem Berg drauf Spinne Verpässt dich Hab mir eine Zeit Irgendwo hier soll er sein Hm Da Komm zurück Was willst du hier Bin nicht eingeladen Ach jetzt kommt der schon wieder an Irgendwo ist er doch hier Ach da Loote Äh Drop Droppiniere was Was Ach jetzt kommst du wieder an Verzieh dich Ich werd getrollt Von allen möglichen Dingern Hab ich was bekommen Da liegen zwei Zwei Ähm Patsch Hey damit Vier Von wegen zwei Vier Ja das Sieht doch schon mal Wesentlich besser aus Also wenn das So weiter geht Es hat sich auf jeden Fall Gelohnt Dass ich die Waffe gemacht hab Es hat sich so schon Was von gelohnt Wir brauchen nur noch Vier Stück Dann können wir uns Wirklich unsere Tesseract machen Und äh Ja Ich freu mir Ich freu mir Ich hab Durst Achso hab ich doch hier Schlaf 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 So Ich wollte mal ein bisschen Wieder was einladen Beziehungsweise Die ganzen Samen Hier zum Beispiel Und Köpfe ohne Ende So Gunpowder war da drüben Was waren das für Dinger Clover Gunpowder Hier nochmal Gunpowder Ja Das war hier Wovon das eigentlich Die Holzkiste sein soll Aber naja Es ist überwiegend Holz Uh Entschuldigung Es ist überwiegend Holz Also passt es So Ach ne Da brauch ich einen Stack Wahrscheinlich Ja Dann holen wir einen Stack mit Die kommen hier hin Limestone und so War dann in dieser Kiste Cumblestone Packen wir erstmal weg Können wir zur Not Einfach wiederholen Köpfe Ohne Ende Köpfe Die packe ich jetzt Aber mal hier hin Ich will nicht noch mehr Nicht noch mehr An der Wand haben So Wo waren denn Die Pfeile Hier ne Ich muss doch echt mal So eine eigene Loot Kiste machen Von wegen Loot In dem Sinne von wegen Drop Kiste von Mobs Ne Mob Kiste sozusagen Aber ja Ich helfe dir Beim sterben So Sehen wir noch Irgendwo einen Enderman Was hast du denn da Die norwegische Flagge Da wollten die sich Verstacken Die Schweine Das wollen wir auch mal machen Irgendwann Magic Bees Und so ein Kram Aber gut Ähm Jetzt hab ich gesagt Ich hab ein Stack mit Und bin immer noch Im Überlegen Machen wir das Jetzt zu einer Zweiten Mine Ich denke schon Ich denke schon So machen wir das so Genau Das wird jetzt trocken Gelegt erstmal Aber auch nur erstmal So und so weiter Und so fort Und so weiter Und so fort Die könnte ich eigentlich auch mal automatisieren Obwohl so oft brauchen wir das jetzt auch nicht Das Zeug womit wir Ich brauche noch wesentlich mehr Wie komme ich darauf Dass ich ein Stack reichen könnte Ja da frage ich mich auch gerade Nehmen wir mal zwei Stacks mit So Komm zurück So die zweite Nacht So die zweite Nacht sollte eventuell dann reichen Damit wir unser Zeugs haben Sprich die weiteren vier Enderperlen Würde mich auf jeden Fall freuen So Huch Davon werden wir natürlich wieder ein paar Anpflanzen Keine Sorge Falls ihr jetzt irgendwer das Jammern von dir Oh das geht doch nicht Das kannst du doch nicht so machen Huch Ja das kann ich nicht machen So Noch ein Stack Ich wollte gerade sagen Was kommt denn da angerannt Aber das waren nur die Die Fällt mir gerade nicht ein Die Zuckerstängel Zuckerstängel Wow Das sind halt Papyrostängel So Wo das Papyrost sind Ich würde jetzt gerne mal eine Das dürfte sowieso nicht Nein Nein das sage ich nicht Oh nein Jetzt haben wir unsere Axt noch gar nicht ausprobiert Unsere richtige schöne Axt meine ich Unsere Bam Bam Axt Ach ja wir haben noch Platz Das passt So das wird dann ja alles automatisiert Hatte ich ja gesagt Deswegen Aha jetzt endlich Ja egal So jetzt haben wir auf jeden Fall genug Platz Um hier zu bauen Und ich würde sagen Dann werde ich Also ich baue das jetzt halt so wie ich es immer baue Sprich Das wird einigen nicht gefallen Ist ja meistens immer so Achso hier Das kann man gleich Genau hier Ich bin eh im Weg Flup weg Ach schön Flup weg Ah ist ja schön Vor allem wir brauchen sie halt nur noch mit Eisen reparieren Also es geht ja nicht kaputt Hatte ich ja schon mal gesagt Irgendwann Geht das irgendwie kaputt hier Nein okay Ähm Ich hole mir jetzt Cobblestone Und dann gucken wir mal wie wir das Haus bauen werden Vor allem wie wir diesen Durchgang da hinkriegen Der so passend Passend sollte irgendwie Keine Ahnung So und dort kommt es mal rein Nehmen wir uns mal Ich muss jetzt wieder einpacken Hier das geht ja sonst nicht Und unsere Kisten sind voll Übrigens wie man sieht Habe ich hier eine Goldkiste gemacht Weil das war wirklich Hätte ich jetzt das hier nicht alles In diese Compact Drawers gemacht Dann wäre das echt überlaufen Also das war echt nötig So was haben wir denn hier eigentlich alles Und da haben wir unsere zwei Minen Ähm Unsere zwei Dings der Booms da So Holz war da oben Das packe ich erstmal rein Sand war da unten Eisen Eisen ist natürlich hier Die packe ich jetzt einfach mal Hier hin Und das da hin Den Rest kommt jetzt Da kommt jetzt einfach mal Ist das eine Doppelkäste? Ja Da kommt jetzt erstmal da hin Das kommt jetzt auch erstmal da hin Die waren hier Gunpowder war wieder da drüben Immerhin kann ich es mir ungefähr merken Wo was ist So und das kommt da hin So wunderbar Jetzt können wir so echt mal So langsam anfangen Das Haus zu bauen Kann ich das Ding nicht Rottenflash Über den Drying Rack machen Irgendwie Shaped Crafting Enchantments Meltery Melting Ach das gibt Blut Drying Rack Gibt dann Monster Jerky Äh Dafür brauche ich Einen Drying Rack natürlich Die werden dann gemacht wie? Mit Slabs Äh Stelle ich mir ein paar auf Wir könnten das ja zum Futterhaus machen Genau Dann mache ich nämlich In den Keller Dann unser ganzes Zeug hin Und so Äh Wäre auch eine Idee Das wäre auch eine Idee Genau Dann mache ich mir mal So ein paar Drying Racks Da habe ich noch Slabs sogar Wie kriegen wir denn raus? Einen nur? Wow Das ist aber Das ist aber mager Das ist aber sehr mager Für Für Drei Slabs Nur ein so ein Ding Ich stelle sie einfach Erstmal hier hin Und dann plopp Ne Doch So Ich hole noch mal ein paar raus Da kann man bestimmt auch Fisch Und so Äh Aufhängen Drei Stück war das noch Ne? Zombie Jerky kann man übrigens Ohne Probleme essen Ich habe das immer vorher Mit Salz gemacht Deswegen Äh Ja Dann mache ich das so halt jetzt So gut Habe ich Stein mit Stein habe ich nicht mit Stein holen wir uns jetzt Dann Steinieren wir Was? Keine Ahnung Zwei, drei, vier, fünf, sechs Eigentlich viel zu viel glaube ich Aber gut Es wird ein großes Haus Sag ich mal so Gut Ähm Hier vorne möchte ich natürlich Meinen Eingang haben Dann möchte ich hier irgendwie Hm 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 Mal gucken Na so groß soll das Haus Jetzt auch nicht sein Also es sollte schon irgendwie Da in der Nähe sein Dann würde ich sagen Einfach mal hier ein hin Das Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Machen wir hier eine Doppeltür Das passt dann auch Ja Äh Dann will ich das hier ein bisschen Nach vorne haben Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Sieben, acht Also hier Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Sieben Sechs Hab ich jetzt Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Ja Okay Ähm Das kommt dann einfach hier rüber Beziehungsweise wenn wir von hier aus Jetzt Äh Ich hab schon eine Idee Ich hab schon eine kleine Idee Eins Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Drei, zehn, vier, zehn, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, ja Okay So und dann von hier aus Oder halt zwei zurück Das würde noch besser glaube ich sein Sind das zwölf in da drin Was machst du denn hier Guck mal her, guck mal her Guck mal her, ich hab da was Ich hab da was für dich Nix bekommen, schade Ähm Noch mal zählen Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Passt Okay Und dann Und dann Hier So Der Eingang wird ein bisschen schmaler Aber Moment Machen wir hier eine Doppeltür Machen wir mal so Eins, zwei Dann ein Block Also hier kommt dann die Tür Dann wieder ein Block frei Und da kommt dann erst, ne So Jetzt muss ich die allerdings weg machen Und dann Das finde ich eigentlich schade Weil mir gefällt das eigentlich Dieser Eingang Den will ich eigentlich nicht verbauen Den will ich eigentlich nicht wegmachen Um ehrlich zu sein Den will ich da lassen Es wird nachts Cool Aber wir brauchen auf jeden Fall Hä Diese scheiß Pflanze Ich hab dann so ne kleine Idee Auch wenn es nur ne ganz ganz kleine ist Aber vielleicht funktioniert sie ja Vielleicht sieht sie auch toll aus Ich weiß es noch nicht Aber so ist es halt bei mir Beim Häuserbau Ich versuche einfach Und dann hoffe ich mal Da funktioniert was Oh Gott wird das groß So So größer als das Ding Auf meinem Server Ähm Also auf dem anderen Server So Uh da Moment Blitzrotz Blitzrotz Ich komme Also Blitzrotze Und da ist auch noch eine Witch Au 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 Was das sein Verpiss dich Da haben wir einen bekommen Na komm runter Ich will nicht das Schwein hauen Ich will nicht das Schwein hauen Das Schwein hat mir nichts Okay die haben mir ja auch nichts getan Ich wollte gerade sagen Das Schwein hat mir nichts getan Aber ja Früher oder später Hätten sie mir ja bestimmt Irgendwas angetan So Ich bin meinen Sack gebissen Oder so So Ach da ist noch Da ein Skelett Sehe ich wieder Ein Enderman Auf der Karte Ich sehe Kein Enderman Auf der Karte Nein Alles klar So Ich hatte gesagt Von wegen Das wird der Das hier wird der Eingang Aber allerdings Von wegen hier Ein Eingang Da ein Eingang Da war doch gleich Ja ich wollte sagen Kleiner Zombie In der Gold Armor Ich glaube die Waffe hat Armor Piercing Sharpness Ist allerdings Luck ist klar Ich weiß es nicht mehr Aber ich glaube schon Ich glaube schon So Du bist aber Einen tollen Helm Ist das eine Bioshock Referenz Diese Head of Silence Da gab es nämlich Da gab es nämlich Einen Gegner Aber das will ich Jetzt nicht spoilern Das will ich Jetzt nicht spoilern Weil es das ja Noch nicht kennt So okay Ich würde sagen Bevor ich hier An Planung So weiter rumrenne Mache ich jetzt Erstmal die Säulen Das war einer zu wenig Es hat nicht weh getan Also einer zu wenig Drei Vier So passt es Das können wir natürlich ändern Indem wir es einfach so machen Drei Vier Da wollte ich doch eigentlich mit dem Schüssel nachgucken Was wir da eventuell haben Obwohl das sieht eigentlich Das mag ich eigentlich Diese ganz normalen Cobblestone mag ich eigentlich Bewegen lassen wir das mal Eins Zwei Drei Vier Autsch Eins Zwei Drei Vier Autsch So Wie wir dann hier abschließen Das weiß ich auch nicht Entweder wir machen das einfach so Hier rüber Schon wieder den Kopf bekommen Eins Zwei Drei Vier Verdammt Immerhin ist der Scheiß weggegangen Eins Zwei Drei Vier Das passt sogar mit dem Ding hier Überein Das ist ja super So Dann wird das hier verbunden Au Von da oben Da kommt auch noch einer Ich muss mir mal ganz kurz flücheln Ich hab nichts zu essen Ich hab kein Ich hab nicht volle Herzen Ha Jetzt hab ich dich Oh ne Schweinebacke Geh weg So Nach da oben wollte ich So dann hier Ein Flugzeug Hört sich mal ab und zu mal so an Deswegen sag ich das immer Ähm Ja Das ist ne Frage Das weiß ich noch nicht so ganz genau Wie gesagt Ich hatte zwar ne Idee Aber ich mach das erstmal so So Stonehenge Nein Immerhin haben wir jetzt genug Enderbären zum Beispiel Um auch das Lasso zu machen Damit wir uns halt ein paar Viecher holen können Ähm Für ne Farm zum Beispiel So das hier wird auf jeden Fall verbunden Ja Wir können auch hier oben ne Terrasse Genau ne Terrasse mach ich dann hier oben drauf Das heißt Ähm Die Höhe So Ja Eins Zwei Drei Vier Ich zähle es immer ab Tut mir leid Könnte ich natürlich auch im Kopf machen Aber ich mache es immer laut So Dann nochmal hier Das wird dann unsere Terrasse Wie gesagt Also nicht Terrasse Sondern Balkon Was ist denn da unten Ein Creepy Mann Und bei Gunpowder haben wir auch so langsam genug So langsam Wahrscheinlich unter uns So viel zum Thema Keller und so So Es braucht natürlich noch irgendwie einen Abschluss Lassen wir es einfach komplett so als Raum da stehen Oder verbinden wir das noch irgendwie damit Also da Also das ist klar Das muss ja sowieso ne Das wäre jetzt halt Da Da hinten ist ein Enderman Ach doch da hinten irgendwo Wollen wir da mal hin Wir gehen da mal hin Da gehen wir mal hin Mal gucken Ob er uns was mitbringt Und wir brauchen unbedingt mal Falls ich sterben soll So ein XP Drain Den machen wir aber auch bald Mit der Drum würde ich sagen Ein bisschen weiter weg ist er schon Aber vielleicht lohnt es sich Da ist er Der Hühnerschrecker Da hinten war wieder einer Irgendwo rechts sitzt von uns Eine Perle Was hast du denn So da unten war noch einer Glaube ich Da ist ein Blitz Ich liebe diese Waffe jetzt Ich habe sie vorher nie mit Dings gemacht mit Die Juni sehen da toll aus Äh Nie mit Lapis gemacht Nein du kommst zurück Kommst runter Auf jeden Fall kriegen wir die Rots Ist auch ein kleiner Bug jetzt Habe ich gerade festgestellt Ich kann da einfach durchgucken Skeleton Mann ist mir Egal Der brennt ja eh gleich weg Wie viele Perlen haben wir eigentlich bekommen Eine Eine? War eine Es ist die Frage Kann ich mit diesen Blitz Rots Man macht das ja normalerweise Mit den anderen Rots Mit den Blaze Rots Ähm Autsch Worum gehe ich hier hin? Ein Ponytail Da ist ein Dispenser Was ist Dispenser? Aha Brot Crowbar Track Kohle Da unter ist meistens immer ein Spawner Äh Ich lass ihn einfach mal da Gut die sterben jetzt eh Gut da ist er in der Mann Da ist noch ein in der Mann Gib mir wieder vier Stück Bitte Hallo ich möchte ihn Verarschen Verarschen Der hat bestimmt gedacht ich bin Vertreter oder so Sag mal das ist jetzt ein Scherz oder? Ich guck dich gleich an Geht doch Geht doch Lass mein Hirn pieksen Dein Hirn pieksen Wow echt Du bist ein kleiner Schießer bist du Da bist du Zum Glück gibt's die Karte ey Der ist nicht da runter gefallen oder? Ne die wieder noch Verarsch mich nicht Wow wo ist denn jetzt wieder hin? Da ich weiß rechts irgendwo Die Jagd nach den Endermans Die von A nach B hüpfen Oh hier ist er jetzt irgendwo Bleib da Nein Komm doch zurück Jetzt ist er gestorben Jetzt ist der teleportierende Enderman Der sich teleportieren kann Durch Untergefallen Und gestorben Wow Wattenhorst Ich trink mal wat Prösterchen So gut okay Widmen wir uns weiter unserem Haus Ich glaube ich nehm schon über eine Stunde auf oder so Ne das gefällt mir von oben auf jeden Fall noch nicht so ganz Also da muss auf jeden Fall noch Obwohl wenn ich jetzt diese Strebe weiter ziehe Habe ich eben noch Ja ja klar habe ich noch genug Ich glaube ich habe jetzt gerade zweimal Schaden bekommen Ich will es gar nicht wissen So Dann hier nochmal Eigentlich wird das hier besser ne Obwohl nö Muss ja nicht unbedingt Machen wir so Dann haben wir hier einen Durchgang Der offen ist Okay Also doch nochmal Hier ein Raum So Dann will ich hier noch einen etwas kleineren Raum einfach haben Das sind nun mal Eins Zwei Drei Eins Zwei Drei Das wird aber ein sehr sehr kleiner Raum Von meiner Bauart Äh Hm So 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 Ich denke So kann man das fürs erste Mal lassen Jetzt heißt es massenweise Holzfarben Ich weiß noch nicht welches Holz Darkwood wird schwer Weil ich glaube so viel Darkwood ist nicht hier Habe ich so Oh ich habe gar keinen Platz mehr Hm Ohne wir sagen jetzt Das war jetzt die Special Folge für erst mal Und wir machen Demnächst halt weiter Man muss ja nicht alles auf einmal machen Vor allem dieses Projekt ist hier ein bisschen größer Äh das wird auch ein bisschen länger dauern So wie es ausschaut Aber ich denke mir Dass ich mir Dieses Ding hier ein bisschen vorziehe Einmal so komplett Das heißt da oben Äh Wird das eigentlich auch schon ein Dach Haben so einen kleinen Durchgang hier Der direkt hier rein führt Und dann machen wir hier nochmal eine extra Tür Wo wir hier raus können Um halt an unsere Bären Obwohl die kommen wahrscheinlich eh übernach hin Äh Machen wir hier nochmal einen Durchgang Dann kommen wir hier direkt raus Da natürlich den Haupteingang So wie da Da oben äh ein Habe ich jetzt vergessen Ein Ein Balkon Äh Hier mache ich dann vielleicht noch eine So eine Terrasse Oder irgendwie so ein Ding Was so ein bisschen ins Wasser führt So einen kleinen Wassersteg Irgendwie sowas halt Ähm ja Aber Ich würde sagen Das reicht erstmal so Auf jeden Fall von der Aufnahme her Für diesen Part Wir kriegen das jetzt weg Achso Oh Jetzt habe ich da Stein auf hier hängt Los Stein Trockne Ähm Ja und dann würde ich sagen Sehen wir uns wie gesagt Im nächsten Part Von FTB Infinity Evolve wieder Wenn es normal In Anführungszeichen Normal weiter geht Wo wir dann halt Neue Maschinchen bauen Und Vielleicht auch Eine Quarry Oder halt Unsere Turtles Nochmal losjagen In der anderen Mine Dann halt Aber das erfahren wir Im nächsten Part Ich sehe gerade einen Enderman Wo kommt der denn jetzt her Ja und Pixar Steh mir bei Wo ist denn der Wo ist denn der jetzt hin Ist er oben Hallo Jetzt sind da noch zu viele Mobs Ich sehe nichts Da hinten ist er irgendwo Da oben Ich kriege dich Äh Lass mich raten Er ist wieder teleportiert Nach unten Nach da auf den Berg In den Berg Ihr seid so ne Trollviecher Ey Ich will die doch Nur ein bisschen töten Nur ein ganz kleines bisschen Wo bist du Wo bist du Boah ich hab dich gefunden Ich glaub's nicht Das hätte ich jetzt nicht gedacht Dass wir den nochmal finden Die finde ich jetzt wieder raus Ich bin da Irgendwo war Äh Unser Dings Aber wir haben Zwei Ender Perlen Super Will noch zwei Dann sind wir fertig Mit Äh N Tesser Acts So Ähm ja Wenn wir noch die zwei finden Und dann die Tesser Acts bauen Dann ist auf jeden Fall Soweit Dass ich sagen kann Von wegen Wir Machen uns ne Quarry Ne richtige Quarry Nicht äh Diese kleinen Äh Pupsköpfe Also die Die Turtles Sondern richtige 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 Buildcraft Quarry Für ne Enderman Quarry Oder ne Ender Quarry Wird's noch nicht reichen Deswegen erstmal die Buildcraft Quarry Und dann mal gucken Ne Aber Wie ich jetzt leider Vom Enderman unterbrochen wurde Wollte ich mich eigentlich verabschieden Deswegen sehen wir uns Im nächsten Part Mit Gebild Äh Gebild genau Mit Maschinenbau und so weiter Wieder Bis dahin Ciao Ciao